Ey, jo, Alter, erst mal fett Schnitzel essen. Ja, mein Digga, ich hab richtig Bock. Jo, Digga, ich bin auch dabei. Ey, jo, Digga, alles klar. Los, komm, lass fetzen. Ja, lass fetzen. Bist du auch Schnitze? Ich bin dabei, Digga. Komm. Ey, super gemacht, Junge. Ich schwör, ich bin stolz auf dich. Walla, walla. Ja, aber Digga, ich will jetzt erst mal Schnitze fressen. Ey, ich hab gehört, hier geht Schnitzel essen. Kann ich mitkommen? Oh, ich will auch mit. Ey, Junge, ich hab so Hunger. Jetzt lass mal los. Ey, du klatschst die ganze Zeit mit irgendwelchen Typen ab. Ey, was hast denn du da für ein Brustband? Das will ich auch haben. Das ist kein Brustband, Digga, das ist mein Rückenpanzer. Ey, hallo. Ich bin im Fernsehen. Mensch, Markus. Du schwätschst die ganze Zeit von Schnitzel. Mit deinem fetten Ranzen hättest du noch deutlich schneller sein können, wenn du nicht so viel fressen tätst. Das nächste Mal gehst du einfach mit mir zum Fitnessstudio und dann wird's auf jeden Fall besser. Weil dann bist du nicht mehr so schwer. Ja, das verspreche ich doch. Echt jetzt? Glaubst du nicht, gell? Aber ich hab doch gar keine Zeit für Fitnessstudio, Mann. Ja, was juckt mich das? Du gehst das nächste Mal mit. So Leute, jetzt kommen wir mal zur Auswertung, damit wir gleich Schnitzel essen gehen können. Ich hab nämlich auch schon Hunger. Mich juckt hier. Ja, also wir haben... War nicht so gut heute wie der Strafen. Und ja, müssen wir nächstes Mal ein bisschen ändern die ganze Struktur. Aber apropos Schnitzel. Ich hab schon ewig kein Schnitzel mehr gegessen. Das war so gut. So gut. Da kommt nichts drunter. Was ist mit dem von neben dran, ne? Ja, aber das Schnitzel von neben dran war genauso gut. Jetzt muss ich mich entscheiden, welche Schnitzel ich nehmen soll. Also... Ja... Ich weiß es nicht. Also... Ich hab ein bisschen komisch hier. Also, man könnte das eine nehmen oder das andere. Ja... Ist doch wurscht! Hauptsache Schnitzel! Nee. Nee, 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 nee. Ist nicht wurscht. Also... Jetzt hör mir mal zu. Das Schnitzel... Das war super, das Richtige. Aber das Linke auch. Ehrlich? Ja, 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 ja. Also... Welches Schnitzel nehmen wir jetzt? Also, ich weiß auch nicht. Ich täte heute mal das... Das Richtige nehmen wir. Ey, was ist denn jetzt mit Ziegen hier oben? Aber... Jetzt halt doch mal der Raffel da drüber. Ich muss grad überlegen, welche Schnitzel ich nehme. Also, mit täte sag ich mir, lehm heute das Dicke. Oh, ich muss mit Zigeunern holen. Das ist richtig. Nee. Äh... Äh... Ja, jetzt bin ich raus. Also, jetzt... Wir nehmen das Linke nicht. Nee, links. Ja, also... Äh... Aber die ist raus. Die ist raus. Die war super. Da können wir aber gleich noch weiter schwitzen. Jetzt, äh... Machen wir erst mal... Die Zigeierung, gell. Also... Ja, lass loslegen. Ja, es wird aber auch langsam Zeit, Mann. Ja, ja. Ach, du hast mal eine Kamera. Gib her. Hey, Sabine. Sag mal was. Was soll ich dir das sagen? Guck mal. Hast du die gerade gewonnen, oder was? Ja, voll die ganze Statue. Guck mal, die ist richtig hübsch, Mann. Die stimme dir da. Nur nicht so hübsch wie du. Ah, ja. Ah, ja.